Hallo zusammen und willkommen zum heutigen neuen Video, in dem ich euch wieder eine ganz tolle Sache beibringe. Wir fangen wieder mit ein paar Grundlagen an. Ich zeige euch ein paar richtig tolle Tipps. Wir gehen mal ein Gerät durch, von dem ganz, ganz viele immer so ein bisschen Respekt haben. Und ich versuche euch mal diesen Respekt oder sogar diese Angst, die ihr vielleicht davor habt, zu nehmen. Ich habe es hier stehen. Wir reden von einem Oszilloskop. Ich habe von der Firma Rigol eine kostenlose Leihgabe gekriegt. Ich hatte es schon mal ein paar Monate hier stehen. Ich benutze es jetzt und erkläre euch einfach mal grundsätzlich in dieser Videoreihe. Es werden mehrere Videos kommen. Was ist ein Oszilloskop? Was macht es? Und warum müssen wir da keine Angst davor haben? Warum muss das nicht im Schrank einstauben? Viele haben es im Schrank stehen und sagen sich, puh, nur nicht mit dem Ostsee-Messen sicherheitshalber, weil, oh, teuer und kann was kaputt gehen. Wir schauen uns heute an, was ein Ostsee macht, wie es überhaupt funktioniert, was man grundsätzlich bei der Bedienung beachten muss. Das ist ganz, ganz rudimentär. Ihr kriegt auch ein Übungsbeispiel dazu. Da gibt es ein PDF zum Downloaden. Das ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich hoffe, dass euch das gefällt. Also meine Videos kommen gerade gut an. Ich kriege für die Lötvideos 200 bis 300 neue Abonnenten am Tag. Würde mich freuen, wenn du ein Abo dalasst, damit dieser geniale Abostrom, der mich gerade echt mega pusht, nicht nachlässt. Vielen Dank dafür schon mal. Also, was ist ein Oszilloskop? Jetzt denkt man sich, so ein Oszilloskop, das Ding kostet zigtausende Euro. Das muss sicher total viel können. So ein Oszilloskop, da kann ich sicher eine Frequenz messen, Kondensator messen, eine Spule messen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Multimeter nehme, wie mein allgeliebtes HLN, mittlerweile glaube ich Keysight Multimeter, das Ding kostet 400 Euro. Das kann Temperatur messen, Strom, Spannung, Wechselspannung, Gleichspannung, Kondensatoren, Dioden, Durchgang, Widerstand. Und das kostet 400 Euro. Und jetzt kostet das Oszilloskop ein günstiges ein paar hundert Euro. Und ein hochwertiges wie das ungefähr 1000 Euro. Wenn man zu anderen Anbietern geht, dann sind wir dabei zigtausenden Euro. Und jetzt denkt man sich, wow, cool, so ein Oszilloskop kostet so viel Geld. Das kann sicher ganz, ganz viele Sachen messen und machen und tun. Muss ich euch sofort enttäuschen. Ein Oszilloskop misst genau eine einzige Sache. Jetzt kommen wahrscheinlich ein paar, die schreiben in die Kommentare, ja, aber. Wir reden von einem grundlegenden Oszilloskop vom Messprinzip des Oszilloskops. Wir haben hier vorne Eingänge über einen BNC-Anschluss. Diese Eingänge hier. Und diese Eingänge vom Oszilloskop messen Spannung. Punkt. Das war's. Wir können die nicht. Also jetzt hat man da ein Gerät dastehen mit zig, zig tausenden Euro im Zweifel. Und dann kann das Ding nur eine Spannung messen. Da denkt sich jetzt jeder, warum kaufe ich mal ein Gerät, wenn es nur eine Spannung messen kann. Das kann ich doch auch mit dem Multimeter. Ich erkläre euch jetzt mal, was das Coole dran ist und was der Unterschied von der Spannung zu der Spannung hier ist. Und ich habe euch hier mal ein Sinus drauf gemalt. Das wäre jetzt ein Sinus. Und wie dieses Oszillosinus hinmalt, das gucken wir uns jetzt einfach mal am PC an. Das erkläre ich euch jetzt dort. Wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben irgendeine Leitung und auf dieser Leitung hängt irgendein Signal. In unserem Fall zufällig praktischerweise ein Sinussignal. Und wir wollen jetzt mit einem Multimeter dieses Signal auf dem Zettel aufmalen. Also wir haben jetzt einfach einen Zettel mit dem Raster. Und jetzt wollen wir einfach mal mit dem Multimeter gucken, was für ein Signal haben wir auf unserer Leitung. Und wollen das mal auf dem Zettel hinmalen. Jetzt gehen wir folgendermaßen vor mit unserem Multimeter. Wir nehmen jetzt einfach mal an, da hinten, zeittechnisch, da hinten haben wir 10 Sekunden. Bedeutet für uns in der Mitte haben wir 5 Sekunden, am Anfang haben wir 0 Sekunden. Jetzt messen wir nach 0 Sekunden auf unserer Leitung hier diesen Spannungswert. Diesen Spannungswert tragen wir in der Tabelle ein, idealerweise. Also sagen wir mal T und U für die Spannung. Haben wir zum Beispiel bei der Zeit 0 eine Spannung von 0. Jetzt warten wir 5 Sekunden und messen nochmal. Jetzt haben wir 5 Sekunden gewartet, messen nochmal. Erhalten also einen Spannungswert bei der Zeit 5 Sekunden von 0. Jetzt messen wir wieder nach 5 Sekunden, also nach 10 Sekunden in Summe. Und messen auch hier wieder praktischerweise nach 10 Sekunden den Spannungswert 0. Jetzt nehmen wir mal diesen Spannungsverlauf, den wir in dieser Tabelle haben. Und tragen ihn in unserem Zettel einfach mal ein. Bedeutet, wir haben bei der Zeit 0 eine Spannung von 0. Wir haben bei der Zeit 5 eine Spannung von 0. Und wir haben bei der Zeit 10 eine Spannung von 0. Und was machen wir, wenn wir irgendwelche Punkte irgendwo eintragen? Wir wollen aber irgendwie ein Diagramm, einen Verlauf oder sowas sehen. Richtig, wir verbinden diese Punkte ganz einfach mit Linien. Bedeutet, diese Linie mit dieser Linie, diese Linie mit dieser Linie. Jetzt können wir es schon erkennen. Da sind wir noch ein bisschen weg von dem Sinus. Weil wir haben jetzt zwar überall 0 Volt gemessen. Wenn wir jetzt aber das als Stromleitung betrachten würden und wir fassen da hin, dann würde es uns trotzdem einen Schlag geben. Weil, wie man ja erkennen kann hier, wir haben ja definitiv eine Spannung hier. Was müssen wir jetzt also machen, damit wir hier statt dieser geraden Linie, weil wir nur dreimal gemessen haben, statt dieser geraden Linie den Sinus oder irgendwas Sinus ähnlicheres hinkriegen. Wir müssen öfter messen. Wir messen also zum Beispiel mal alle 2,5 Sekunden. Also hier bei der Stelle 0 haben wir eine Spannung von 0. Dann messen wir hier drin nochmal, dann haben wir 2,5 Sekunden. Messen dann hier oben die Spannung, die von mir aus jetzt zum Beispiel 1 wäre. Dann messen wir wieder bei 5 Sekunden, also wieder 2,5 Sekunden weiter. Gehen wieder 2,5 Sekunden weiter, sind dann quasi hier bei 7,5 Sekunden. Messen da eine Spannung, die wir einfach mal 7,5 Sekunden. Diese Spannung wäre minus 1 Volt. Und jetzt haben wir schon mal ein paar Werte mehr. Und jetzt tragen wir die Werte wieder auf unser Diagramm, auf unseren Zettel auf. Bedeutet, wir haben bei 0 Sekunden den Spannungswert 0 gemessen. Dann gucken wir in unsere Tabelle. Bei 2,5 Sekunden haben wir den Spannungswert 1 gemessen. Bei 5 Sekunden den Spannungswert 0. Bei 7,5 Sekunden haben wir minus 1 gemessen. Und bei 10 Sekunden haben wir wieder unsere 0 Volt gemessen. Jetzt wieder wie vorhin. Wir verbinden die Punkte miteinander, weil wir wollen ja irgendwie eine Linie haben. Also verbinden wir den Punkt mit dem. Den Punkt mit dem. Den mit dem. Jetzt sind wir immer noch so ein Tick von unserem Sinus entfernt. Aber man kann zumindest schon mal erkennen, wir haben eine Spannung drauf. Also irgendwas ist da. Wir haben irgendwas Positives hier. Wir haben irgendwas Negatives hier. Also wir haben schon definitiv eine Spannung drauf, die wir jetzt mit dem Multimeter gemessen haben, die wir auch irgendwie auf unser Diagramm hinmalen können, auf unseren Zettel hinmalen können. So, jetzt die Frage an euch und die könnt ihr vielleicht schon beantworten. Wenn wir diesen Sinus genauer darstellen wollen, also so schön kurvig, wie wir ihn hier darstellen wollen, was müssen wir machen? Die Antwort lautet, wir müssen öfter messen. Wir messen also nicht nur alle zweieinhalb Sekunden, sondern wir messen zum Beispiel alle 100 Millisekunden. Also hier, 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 hier und so weiter. Wir bekommen also jeweils hier diese Punkte. Und das zeichne ich jetzt nicht mehr rüber ins andere Diagramm. Wir halten diese Punkte hier überall an den Stellen. Und wenn man die jetzt mit einer geraden Linie verbinden würde, dann sind wir schon eher in Richtung Sinus unterwegs. Und wenn wir jetzt so einen Sinus richtig schön darstellen wollen, müssen wir halt einfach richtig, richtig, richtig oft messen. Und mit dem Multimeter alle 100 Millisekunden messen, das soll mir mal einer zeigen. Also das wird schon schwierig. 100 Millisekunden, wenn ihr ein gutes habt, kriegt ihr es vielleicht noch hin. Wenn wir jetzt runtergehen auf 10 Millisekunden oder noch weiter runter, dann hat man mit dem Multimeter keine Chance mehr. Und das ist jetzt das große, coole, der große, coole Unterschied zwischen dem Multimeter, das Widerstand, Strom, Spannung, Temperatur, Dioden und so weiter messen kann, hin zum Oszilloskop. Denn das Oszilloskop kann nur eine Spannung messen. Ganz, ganz primitiv. Das misst nur eine Spannung für euch. Aber, aber, aber jetzt kommt der coole, coole Punkt. Ein Oszilloskop misst diese Spannung brutal schnell. Also richtig, richtig, richtig schnell. So ein Oszilloskop hat in der Regel, wenn es ein einigermaßen vernünftiges Oszilloskop ist, ich denke jetzt mal gerade hier an das Rigol, das ich hier stehen habe, MSO 5000, der Baureihe. Da reden wir von pro Kanal. Und da steht ein Wert drauf auf diesem Oszilloskop. Ich habe es euch mal abfotografiert. Da steht jetzt bei dem zum Beispiel ein Wert drauf. Also das wäre jetzt oben das Typen-Schild, MSO 5104, weil die Type wissen will, was das für ein Teil ist. Vier-Kanal-Oszilloskop 100 MHz wäre die maximale Frequenz, die man messen kann. Und hier haben wir einen Wert stehen. In dem Fall jetzt 8 G S Schrägstrich kleines S. Und jetzt fragt man sich natürlich, was ist das jetzt? Ein großes G, das haben wir schon mal gehört. Großes G bedeutet, haben wir am PC schon mal gehört, wir haben Kilobyte, Megabyte, wir haben auf der Festplatte Gigaterabyte. G, großes G bedeutet Giga. Und Giga entspricht 10 hoch Megawassig, 10 hoch 9, also entspricht Milliarde. Ein 1er mit 9 Nullen hinten dran, wäre eine Milliarde. Das große S, das hat man jetzt noch nicht so oft gehört. Das große S steht für nicht Siemens oder so in dem Fall, sondern das große S steht für Sample oder eben Mehrzahl Samples. Das wären ein Sample, können wir momentan ja, wenn da wenigstens Stäbchen in die Nase gestopft kriegen, wegen dem Corona-Test, dann haben wir da quasi, wird ein Sample genommen, wird eine Probe genommen. Samples entspricht Probe, Testung, Messung. Also ich bezeichne es jetzt mal als Messung. Dann, kleines S, Sekunde, das ist hoffentlich noch einigermaßen geläufig. Wir haben also, wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen, 8 Giga Samples, Schrägstrich, pro Sekunde. 8 Milliarden Messungen in der Sekunde. Jetzt tricksen die Ostseehersteller natürlich alle ein bisschen. Diese 8 Giga Samples, die sind für alle Kanäle. Bedeutet sozusagen pro Kanal in der Regel dann 2 Giga Samples. Pro Sekunde, das teilt sich auf die Kanäle auf normalerweise. So ist es bei den meisten Herstellern. Da müsst ihr ins Datenblatt schauen. Bedeutet, jetzt haltet ihr euch das mal im Hinterkopf. 2, ein Viertel, immer noch viel. 2 Milliarden Messungen pro Sekunde. Jetzt gucken wir mal wieder zu unserem Sinus zurück. Unser Sinus dauert 10 Sekunden lang. Das heißt, unser Messgerät, unser Oszilloskop, würde den Bereich hier hoch, von unserem Sinus, diesen Teil, die erste Sekunde, schon 2 Milliarden Mal abtasten. Den nächsten Bereich wieder 2 Milliarden Mal abtasten. Und so weiter. Also, ich weiß nicht, wie euch es da geht. Ich finde das da immer ganz, ganz spektakulär. Das ist schon brutal viel. Also, das ist schon wahnsinnig viel. Das wird vermutlich irgendwie runtergeteilt und irgendwie hinkrechnet und schön gerechnet. Aber lass es im Faktor 1000 daneben sein. Dann misst er diesen Sinus 2 Millionen Mal in der Sekunde. Das heißt, nur für unseren Sinus, den wir hier haben, hätten wir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Millionen Messwerte. Das wäre schon eine krass lange Tabelle, die wir da malen müssten. Und das wären krass viele Punkte, die wir da hinzeichnen müssten. Da bräuchte man dann vermutlich auch keine Linie mehr ziehen, weil die Punkte dann schon so knapp aneinander hängen. Also, diese Tatsache, dass ein Oszilloskop so oft misst, so schnell misst und auch diese Messungen verarbeiten kann, diese Tatsache macht ein Oszilloskop so teuer. Ihr müsst das jetzt natürlich irgendwo speichern können. Und ihr müsst das Ganze natürlich auch irgendwo hinmalen können, damit das Ganze schön ausschaut. Und damit sind wir jetzt schon beim nächsten Punkt. Nämlich betrachten wir jetzt einfach mal die Bezeichnung von unserem Oszilloskop. Wir haben hier oben stehen Digital Oszilloskop. Man kann auch im Deutschen das ganze Ding nennen Digitales Speicher Oszilloskop. Und der Begriff beinhaltet jetzt schon ein paar ganz krasse Ausdrücke, die wir uns mal anschauen. Ich bin mal gespannt, wer das überhaupt sich schon mal so versinnbildlicht hat, was dieser Ausdruck. Jeder redet immer vom DSO, digitalen Speicher Oszilloskop. Schreibt es mal in die Kommentare, wer sich das eigentlich mal überlegt hat, was das eigentlich bedeutet. Oszilloskop ist klar. Oszilloskop ist einfach das Gerät, das uns irgendwie eine Grafik hinmalt. Also das ist ein früher ganz alt mit Braunschiröhren. Da kommt man uns ein Signal anschauen. Also diese Art von Gerät nennt man Oszilloskop. So wie man ein Stethoskop zum Beispiel einen Teil nennt, wo man halt quasi ein Herz anschaut, ist ein Oszilloskop ein Gerät, wo man irgendwelche Schwingungen früher angeschaut hat. Speicher überspringe ich. Wir gehen mal zu digital. Und wenn euch das jetzt interessieren sollte, dann mache ich da mal ein eigenes Video drüber. Schreibt es bitte auch einfach in die Kommentare mit, ja, wollen wir unbedingt wissen oder so, was digital bedeutet. Digital bedeutet nichts anderes wie, ich habe einen Sinus, den ich vorne irgendwo reinkriege. Und dieser Sinus ist in der Regel analoges Signal. Analoges Signal, kurz zusammengefasst, bedeutet, ich habe zu jeder Zeit, zu jeder beliebigen Zeit, einen beliebig genauen Analogwert. Und dieses analoge Signal muss jetzt erstmal über einen Analog-Digitalwandler geführt werden. Und, jetzt mal ganz grob dargestellt, erzeugt mir das dann hier ein digitales Signal. Und dieses digitale Signal kann der Mikrocontroller im Oszilloskop weiterverarbeiten. Die Wandlergenauigkeit, wer es wissen will, ist ungefähr bei 8 Bit. Gute Oszilloskope gehen mittlerweile auf 10 Bit. Gibt wahrscheinlich nach oben hin keine Grenzen. Bedeutet, das analoge Signal, das ich vorne am Kabel, am Anschluss, Kanal 1, vorne anstecke, muss erstmal digitalisiert werden. Und jetzt gehen wir zum nächsten Begriff. Speicher. Diese digitalisierten Signale werden in einen Speicher geschrieben. Ganz einfach. Da das wahnsinnig viele Signale sind, wie gesagt, er misst ja da ein paar Millionen, Milliarden Mal das Signal, sind das brutal viele Daten. Der Speicher muss also einigermaßen groß sein. Und, wichtig, der Speicher braucht im Prinzip sehr hohe Geschwindigkeit. Also, die Daten kommen ja brutal schnell an. Und der Speicher muss also entsprechend das Ganze auch schnell speichern können. Jetzt schreibt uns das Oszilloskop hier den Speicher so langsam voll. Und sobald der Speicher voll ist, passiert etwas total Interessantes. Sobald der Speicher voll ist, wird uns das Bild auf dem Oszilloskop hingemalt. In dem Moment, wo der Speicher voll läuft, in der Regel, wird das Oszilloskopbild auf unser Oszilloskop hingemalt. Wir können das beeinflussen, wann das passiert, also nicht in dem Moment, wo der Speicher voll läuft. Das zeige ich euch aber nachher nochmal gleich, beziehungsweise erklären tue ich es euch im nächsten Video. Da geht es dann nämlich um eine Thematik, die nennt man Trigger. Wer das wissen will, einfach ins nächste Video reinschauen. So, jetzt schauen wir uns mal was Einfaches an. Und zwar, ein Oszilloskop kann ja im Prinzip eine beliebige Spannung messen. Bedeutet also auch, wir können mit dem Oszilloskop auch eine Gleichspannung messen. Wir können zum Beispiel schauen, hat unsere 1,5 Volt Batterie 1,5 Volt, wie wir es ja auch mit dem Multimeter machen würden. Und wie das funktioniert, schauen wir uns wieder direkt am Oszilloskop an. Jetzt weiß ich, dass eines der Probleme beim Oszilloskop, warum viele Leute schon mal eine heidene Angst vor so einem Gerät haben, ist einfach das da. Also wir haben Knöpfe ohne Ende drauf und man hat eigentlich am Anfang echten Respekt, weil man denkt sich, so viele Knöpfe, da kann man sich gar nicht auskennen. In Wirklichkeit ist so ein Oszilloskop immer total easy aufgebaut. Man hat Kanäle und wenn man jetzt verschiedene Kanäle hat, vier Kanäle in dem Fall, dann hat man normalerweise irgendwie drüber zugeordnet, entweder für jeden Kanal ein sogenanntes Scale-Rad, wo man einstellen kann, wie hoch die Spannung ist, die ich anzeigen will. Und einmal ein Positionsrad, wo man einstellen kann, wo sich diese Spannung befindet. Es gibt Oszillos, die haben für alle vier Kanäle einmal diese Kombination. Ich liebe es, wenn es für jeden Kanal ein eigenes Rädchen gibt, dann muss man nicht extra umschalten. Was bedeutet das jetzt für uns? Wir gehen jetzt erstmal auf die Gleichspannung ein, wie gesagt. Wir messen eine Gleichspannung und schauen uns dementsprechend auch wirklich nur mal die Y-Koordinate von unserem Oszilloskop an. Dann müsst ihr also jetzt noch nicht so groß Angst haben, dass wir irgendwie in die Frequenz gehen und zeiten und messen und tun. Also wir bleiben noch ganz, ganz, ganz bei den Basics. Wir haben, wie ihr ja schon gesehen habt, hier so Kästchen drauf. Diese Kästchen haben einen Abstand für diese sogenannte Spannung, die wir natürlich messen wollen. Weil wir wollen ja, wenn wir jetzt hier irgendwo diesen Sinus haben, wie wir auf dem Bild gesehen haben, wollen wir ja wissen, wie hoch ist die Amplitude von diesem Sinus. Jetzt müssen wir das beim Oszilloskop in der Regel immer uns irgendwie rausrechnen, rausmessen, indem wir Kästchen zählen. Und das geht folgendermaßen. Wir haben in diesem Fall hier unten angezeigt, wie viel Volt ein Kästchen entspricht. In dem Fall, Kanal 1, in gelb dargestellt, hat 200 Millivolt pro Kästchen. Das heißt, die gelbe Linie mittig, wo der Pfeil sich auch befindet, hat mittig 0 Volt. Wenn die gelbe Linie hier oben wäre, unsere Spannung, die wir messen, hätten wir 200 Millivolt. Dann ein Kästchen weiter hätten wir 400 Millivolt, 600 Millivolt und so weiter. Wie ich euch gesagt habe, kann ich jetzt mit diesem Scale-Rad diese Einstellung ändern. Wenn wir unten also auf die 200 Millivolt schauen und ich drehe das Rad im Uhrzeigersinn, ändert sich das Ganze. 100 Millivolt, 50 Millivolt, 20 Millivolt und so weiter. Bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel auf 10 Millivolt runterdrehe, habe ich einen Abstand von den Kästchen von 10 Millivolt. Das heißt, beim ersten Kästchen hätten wir 10 Millivolt, dann 20, dann 30. Wenn ich in die andere Richtung drehe, haben wir 500 Millivolt, 1 Volt, 2 Volt, 5 Volt, 10 Volt und dann geht es nicht mehr weiter. Also 10 Volt hätten wir jetzt pro Kästchen. Wir haben also hier 10 Volt, dann 20 Volt, dann 30 Volt in der Anzeige drin. Jetzt schalten wir das Ganze mal auf 1 Volt für Kanal 1. Wenn wir jetzt Kanal 2 aktivieren, drücken wir einfach auf den Zweier hier. Somit wird hier auch ein blaues Signal angezeigt. Und bei dem haben wir 5 Volt, den drehen wir jetzt auch mal auf 1 Volt runter. Auch den Kanal 3 drehe ich auf 1 Volt und den Kanal 4 mal auf 1 Volt. Wenn man jetzt diese Kanäle wieder deaktivieren möchte, weil ich will jetzt nicht alle 4 Kanäle auf einmal angezeigt bekommen, drücke ich einfach wieder auf den Kanal drauf. In dem Fall war jetzt Kanal 4 markiert. Ich drücke nochmal drauf und das Signal verschwindet. Jetzt ist Kanal 3 markiert. Wenn ich jetzt nochmal auf Kanal 3 drücke, würde Kanal 3 deaktiviert. Wenn ich jetzt aber 3 zum Beispiel beibehalten möchte und ich will Kanal 2 deaktivieren, muss ich halt zweimal auf Kanal 2 hier drücken. Einmal um ihn zu markieren. Einmal um ihn zu deaktivieren. Jetzt ist Kanal 3 aktiviert. Ich klicke einmal drauf und schon habe ich nur noch Kanal 1 hier zur Verfügung. Jetzt habe ich hier ein total geniales Oszidoskop stehen, weil ich habe da was eingebaut, was mir jetzt die Arbeit und das Erklären für euch total erleichtert. Ich habe hier einen Signalgenerator eingebaut. Dieser Signalgenerator kann mir unter anderem auch eine Gleichspannung ausgeben und ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich hätte gerne 1 Volt Gleichspannung. So, jetzt kommt hier am Signalgenerator 1 Volt raus und das habe ich mit dem Koaxialkabel hier hinten eingespeist bei Kanal 1. Jetzt können wir schon wundervoll erkennen, die gelbe Linie ist auf das erste Kästchen hochgesprungen. Wir haben also eine Spannung von, wenn wir hier unten auf die Skalierung gucken, eine Spannung von einem Volt an Kanal 1 anliegen. Wir können auch sehen, es ist eine gerade Linie, also wird es vermutlich auch eine Gleichspannung sein, die wir hier an Kanal 1 anliegen haben. Wenn wir jetzt das Ganze auf 2 Volt aufdrehen, hüpft unser Signal hoch und wir haben hier 2 Volt. Wenn wir jetzt 2,5 Volt einstellen, sind wir hier genau zwischen den Kästchen. Wenn wir jetzt die Skalierung ändern würden, auf 2 Volt pro Kästchen oder auf zum Beispiel 5 Volt pro Kästchen, hüpft unsere 2,5 Volt Linie genau zwischen die Kästchen. Wir können also grob sagen, ja, werden schon 2,5 Volt sein. Wirklich genau ablesen können wir es aber nicht. Wenn wir jetzt kleinere Spannungen haben, wie zum Beispiel 1 Volt, dann können wir das, wenn wir jetzt hier unten eine 5 Volt Skalierung haben, nur noch schätzen. Das können jetzt 1 Volt sein, das können aber auch 0,9 oder 1,1 Volt sein. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig beim Oszilloskop, immer auf eine vernünftige Skalierung zu achten. In dem Fall, wenn ich eine kleine Spannung habe, stelle ich die Skalierung immer so ein, dass ich die Spannung gerade noch sehen kann. Bei 200 Millivolt Skalierung rutscht mir die Spannung oben raus. Ich kann sie leider nicht mehr sehen. Also benötige ich zum Beispiel 500 Millivolt. Weiß ich also, das erste Kästchen sind 500 Millivolt. Beim zweiten Kästchen habe ich 1 Volt. Und so kann ich jetzt hier zum Beispiel schön ablesen, dass ich eine Gleichspannung mit einem Volt an Kanal 1 anliegen habe. Jetzt habe ich gesagt, gibt es hier zwei Rädchen pro Kanal. Einmal das Rädchen für die Skalierung und einmal ein Rädchen für die vertikale Position. Also die Position der X-Achse, wo sich die befindet. Aktuell haben wir hier links einen gelben Pfeil mit einer 1. Bedeutet für uns, die X-Achse befindet sich hier mittig bei diesem gelben Pfeil. Jetzt drehe ich mal hier und ihr guckt mal, was passiert. Ich kann mit der Position die X-Achse verschieben. Wird mir auch hier unten angezeigt. Jetzt steht hier minus 1 Volt. Bedeutet, ich habe von der Mitte aus gesehen, die X-Achse um einen Volt nach unten geschoben. Ich kann immer noch die Spannung schön ablesen. Allerdings, wenn ich jetzt die Skalierung ändere auf 200 Millivolt, siehe da, die X-Achse bleibt an der gleichen Position und plötzlich habe ich selbst mit der 200 Millivolt Skalierung das komplette Signal noch drauf. Und ich kann es noch mal genauer ablesen. 200, 400, 600, 800, 1000. 1000 Millivolt. Also wir haben wieder eine Gleichspannung mit einem Volt anliegen. Also man muss ab und zu mal gucken, dass man vielleicht die X-Achse nach unten dreht, damit man dann die Spannung noch mal umso genauer ablesen kann. Das macht ab und zu Sinn. Also immer so groß wie möglich darstellen, damit ihr einfach besser und genauer ablesen könnt. Wenn ihr die ganze Geschichte wieder auf die Nullposition zurückkriegen wollt, die X-Achse, in dem Fall einfach das Positionsrad drücken. Das ist bei fast allen Ossi so, die ich kenne, das vertikale Offsetrad drücken und schon hüpft das Ganze wieder auf die Nullposition zurück. So, jetzt habt ihr gesehen, wie ihr grundsätzlich schon mal die Gleichspannung messen könnt. Um zu überprüfen, ob ihr das auch verstanden habt, habe ich euch jetzt eine ganz tolle Übung unten in der Videobeschreibung, also im PDF zum Runterladen angehängt. Das könnt ihr euch zum Beispiel ausdrucken. Und da geht es jetzt darum, ihr habt einen Zettel und solltet auf diesem Zettel mit passenden Farben die Spannungen einzeichnen. Und zwar habt ihr an Kanal 1 5 Volt anliegen. Kanal 1 bitte in blau einzeichnen. An Kanal 2 habt ihr plus 15 Volt anliegen. Kanal 2 in rot. Und an Kanal 3 habt ihr minus 10 Volt anliegen. Das PDF hat zwei Seiten. Guckt bitte erst auf die erste Seite. Auf der zweiten Seite befindet sich dann die Lösung für euch. Also druckt nur die erste Seite aus. Zeichnet euch das hin. Schaut unten, wie die Skalierung ausschaut. Überprüft es danach mit Seite 2, ob ihr diese Gleichspannung von, ich wiederhole es nochmal, Kanal 1 in blau plus 5 Volt, Kanal 2 in rot plus 15 Volt und Kanal 3 in grün minus 10 Volt. Ob ihr diese Spannungen mit dem Lineal, wir haben eine Gleichspannung, richtig einzeichnen könnt. Ja, nächste Woche geht es weiter mit der X-Achse. Wir haben uns heute die Y-Achse angeschaut, also die Spannungsachse. Nächste Woche schauen wir uns mal die Zeitachse an, was die macht und was ich euch schon angekündigt habe, wir gucken uns den Trigger an. Was macht der Trigger? Wofür ist der da? Und wofür kann man brauchen? Wenn ihr irgendwelche Themen ganz speziell wissen wollt, fürs Ostsee, schreibt es uns einfach in die Kommentare rein, dann kann ich drauf eingehen und euch das auch in einem Video erklären. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bis nächste Woche.